Das WB-Gespräch vom Willisauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar-Generalagentur Willisauer-Wendelbuch, der Reifisenbanken aus der Region, der GUT-AG Gebäudentechnik und der Swiss-Krono AG in Mensenau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch im Monatsinterview vom Willisauer-Bott. Unser heutiger Gast ist Vincenz Graf, er ist kantonalen Feuerwehrinspektor und Chef des Kantonalen Führungsstabs. In seiner Funktion hat er zahlreiche Brände, Katastrophen und Notlagen bewältigt. Ende Jahr wird er pensioniert. Herzlich willkommen, Vincenz Graf. Grüezi, Herr Weber. Ja, Vincenz Graf, wir haben es gesagt, Sie gehen Ende Monat in die Pension, mit Freude, oder hätten Sie gerne noch weitergemacht? Nein, ich gehe mit Freude in die Pension. Selbstverständlich, ich habe meine Arbeit sehr gerne gemacht, und da ist natürlich ein lachendes und ein tränendes Auge dabei. Ich werde bis zum Schluss natürlich noch voll arbeiten und mich engagieren. Es ist überhaupt nicht ein Auslaufen, sondern es ist wirklich noch so ein bisschen ein Endspurt. Aber ich kann einfach eine wunderbare Zeit zurückblicken. Ich habe ganz ein Haufen Sachen dürfen machen, die für mich sehr spannend, bereichernd und interessant waren. Und darum freue ich mich auch jetzt die Zeit nach dieser beruflichen Erfahrung. Ich weiss es jetzt schon, dass ich einiges vermisse. Einiges wird wir vermissen jetzt in der Pensionierung. Insbesondere auch den Kontakt zu vielen Leuten, die ich durfte haben, den Austausch mit vielen Leuten, das werde ich dann sicher auch ein bisschen vermissen. Aber ich freue mich darauf, ja. Gut, in Ihrer Amtszeit fallen Katastrophen, Notfall und Notlage. Wir haben es gesagt, lässt sich eigentlich der Umgang mit so Krisen üben lassen? Ja, selbstverständlich. Das tun wir auch trainieren. Wir sind jetzt da auch gerade in einem Raum, wo wir da mit einem Feuerwehrkurs für Führer-Offizierinnen und Offiziere trainieren. Wir haben letzte Woche drei Tage geübt. Wir üben jetzt wieder drei Tage. Da tun wir mit verschiedensten Szenarien, Unwetterereignisse, Grossbrände, Chemieumfälle und, und, und die bereiten wir die Leute auf das auch entsprechend vorbereiten. Wir haben im Kantor Luzern schon seit Jahrzehnten wirklich ein gutes System, wie wir Führungsleute der Feuerwehr auch auf das vorbereiten. Übrigens auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen, vor allem der Polizei, dem Rettungsdienst, aber auch den Leuten, die im Bereich Natur gefahren, jetzt ganz neu auch mit dem Bereich Wald, mit dem Lava, wo wir auch das Thema Waldbrand aufnehmen. Und das ist wie eine mehrstufige Ausbildung. Was wir hier jetzt sehen, das ist auf Stufe Offizier. Dann haben wir ein sogenanntes Katastropheneinsatzleitersystem, wo wir zusammen auch mit den Partnern jedes Jahr trainieren. Wir machen viele grosse Übungen, auch wieder mit Partnern. Das ist ja eine Stabsübung, aber es gibt auch Einsatzübungen. Und so versuchen wir uns möglichst vorzubereiten auf eine solche Einsätze. Und es ist vor allem wichtig, dass wir das mit unseren Partnerorganisationen machen und den Austausch pflegen, mit den Partnerorganisationen das auch zusammen trainieren. Ja, so tragische Ereignisse, wie kann man da selber abschalten, persönlich, dass einem das nicht zu nahe geht, weil, nehmen wir an, da haben Sie auch Ereignisse gehabt, wo ja, wo tragisch sind und wo man vielleicht sogar Leute könnte. Selbstverständlich gibt es solche Momente, wo das auch passiert, wo man dann auch so in sich geht und auch überlegt, was löst jetzt das in mir selber aus. Aber in der Situation selber hat man einen Auftrag und den Auftrag versuchen wir so gut wie möglich zu machen. Wichtig ist es ja, man ist ja nie allein jetzt in einer solchen Situation, sei das in einem Elementarereignis, sei das mit einem Grossbrand oder sei das in einer grossen Krise oder ausserordentlichen Lage, wie man in den vergangenen Jahren auch erlebt hat. Da ist man wirklich breit abgestützt, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die einen da unterstützen und beraten. Und da findet man auch immer Lösungen und man kann auch immer diskutieren über das eine oder andere, was dann entsprechend passiert ist. Stichwort Krise kommen wir zur Covid-Pandemie 2020 bis 2022, wo Sie Stabschef und Führungsstab waren. Eine besonders herausfordernde Zeit. Ja, das ist eher eine sehr herausfordernde Zeit gewesen. Sehr, sehr herausfordernde, für alle natürlich, auch für unsere Bevölkerung, für unseren Kanton Luzern, für die ganze Schweiz oder schlussendlich sogar für die ganze Welt. Und es sind Probleme ausgetreten, wo man vielleicht irgendwann ein bisschen erahnt hat, aber wo wir dann mit der Realität konfrontiert worden sind, ist das natürlich umso heftiger gewesen. Was natürlich war die Bewältigung von dieser Pandemie, das, was ich vorhin gesagt habe, das Zusammenwirken von verschiedensten Experten, von verschiedensten Gremien, zusammen mit der Gemeinde, zusammen mit unserer Verwaltung. Das war eine ganz wichtige Aufgabe und es war eine herausfordernde Aufgabe. Schlussendlich aber auch eine interessante Aufgabe, wo man dann hat entscheiden müssen, was ist das Richtige für unsere Bevölkerung hier vom Kanton Luzern. Wenn Sie zurückblicken, auf was sind Sie besonders stolz oder was ist gut gelungen in dieser Zeit? Ich glaube, was gut gelungen ist, ist, dass wir wirklich alle Beteiligten haben zusammennehmen können. Also wir haben mit den Gemeinden kommuniziert, wir haben mit den Partnerorganisationen kommuniziert, wir haben mit unserer Verwaltung kommuniziert, unsere Regierung, die ja die Hauptverantwortung gehabt hat, vor allem als Gesundheitsdepartement, das war eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen. Es war intensiv, wir mussten auch über die Kantonsgrenzen heraus natürlich Besprechungen machen, Videokonferenzen machen, übrigens ist der Herr Berset auch so einiges in unserem Kanton gewesen, er hat auch verschiedene Sachen angeschaut, die wir hier gemacht haben. Wir hatten verschiedene spannende Projekte im Bereich Testen, aber auch das Notspital, das wir gemacht haben, das sind Herausforderungen gewesen. Und dort konnte ich ganz viele positive Erfahrungen machen mit den Fachleuten, auch mit den Spitälern, auch mit den Gesundheitsleuten, aber auch zum Beispiel mit dem Zivilschutz oder der Armee, die uns noch helfen ging. Da muss ich sagen, das war herausfordernd, aber es ist in vielen Bereichen sehr gut gelungen. Was ist vielleicht weniger gut gelungen im Nachhinein? Es gab einen ausführlichen Bericht über die Covid-Pandemie und wie hat der Kanton Luzern das gemeistert. Dort sind einige Punkte auch erfasst, wo wir jetzt in einem neuen Pandemieplan überarbeiten und anschauen. Das ist wichtig, dass wir die Erfahrungen, also am meisten lernt man aus den Einsätzen raus, und da ist es wichtig, dass man die Erfahrungen jetzt aufnimmt und da auch entsprechend nachher bearbeitet und schaut, wie können wir das das nächste Mal machen, zum Beispiel im Bereich der Kommunikation, im Bereich der Planung von solchen Einsätzen und der Vorbereitung von solchen Einsätzen. Heftig sind auch Tonwetter 2005 gesehen oder die Überschwemmungen, Hagelquitter 2021, wo ja auch die WIB-Region stark getroffen hat zum Teil. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Also der Kanton Luzern, das muss man ja sagen, der ist ja immer sehr unwetterbetroffen. Das sind die zwei Ereignisse, die Sie gesagt haben, die wirklich rausstechen. Jetzt 2005, da bin ich ganz neu auch im kantonalen Führungsstab gewesen oder in meinem Amt als Feuerwehrinspektor Stellvertreter damals. Und das sind grosse Herausforderungen, vor allem dann auch für die Feuerwehren und für die Gemeinden in unserem Kanton. Dann war das 2021 mit einer Kumulation von Hochwasser, von Sturm und Regen und dann vor allem von dem grossen Hagelzug, der von Wuhlhausen bis ins Seetal gewirkt hat. Und ich bin ja auch angestellt bei der Gebäudeversicherung. Und die Gebäudeversicherung hatte noch nie so einen grossen Schalter wie in diesem Jahr. Das hat über 400 Millionen übersteigt. Und die Zusammenarbeit dann natürlich auch mit den Gemeinden, mit den Regenschaftsbesitzern, mit der Gebäudeversicherung, das sind schon Herausforderungen. Und ich glaube, mit der Gebäudeversicherung hat der Kanton Luzern auch einen guten Partner diesbezüglich in der Bewältigung von solchen Ereignissen. Was man muss sagen, ist, wir haben natürlich die Erfahrungen, die wir im 05 gemacht haben, haben wir wirklich auch erarbeitet. Zusammen mit unseren Leuten von der Natur gefahren, haben wir auch eine entsprechende Einsatzplanung gemacht. Jetzt da auch Blockade sind jetzt da auch vorhanden von dieser Einsatzplanung. Und man hat im 2021 wirklich deutlich gesehen, dass das eine grosse Wirkung gezeigt hat. Einerseits organisatorische Veränderungen, aber auch bauliche Massnahmen. Aber vor allem auch im Bereich der Einsatzplanung für die Feuerwehren und dann Partnerorganisationen, zum Beispiel den Zivilschutz, der ja auch noch im Einsatz gewesen ist. Ich bin überzeugt, dass der Kanton Luzern auch inskünftig noch sehr wird gefordert sind im Bereich Naturgefahren. Insbesondere auch, wenn man jetzt ein bisschen richtiger Klimawandel schaut, und zum Beispiel jetzt auch die Trockenheit in den vergangenen Jahren noch aufnimmt. Waldbrand ist ein Thema, da haben wir uns jetzt zentralschweizerisch zusammengetan und gemeinsam ein Konzept erarbeitet, gemeinsame Ausbildungen gemacht. Wir werden auch in der Einsatzplanung Natur gefahren, einen weiteren Schritt machen, auch das alles erneuern, dass die Feuerwehren das zur Verfügung haben und die Gemeinden auch. Sie haben 30 Jahre lang Feuerwehrleute ausgebildet. Jetzt, wenn Sie zurücksehen, was sind die grössten Veränderungen in dieser Zeit? Es hat sich sehr viel verändert. Natürlich technische Fragestellungen, ob Feuerwehr gelangt sind. Ich mache Beispiel wie alternative Triebstoffe, Photovoltaik, Anlagen usw. oder den Bereich Naturgefahren, den wir vorher besprochen haben. Da hat sich einiges verändert. Die Feuerwehr ist dadurch immer sehr proaktiv. Wir schauen voraus, wir versuchen uns parat zu machen für Neuerungen, die auf uns zukommen. Das ist ganz wichtig. Was sich nicht verändert hat in diesen 30 Jahren, das darf ich auch sagen, das ist einfach die Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann, die Begeisterung, die sie mitmachen, in das Engagement, das sie angelegt haben. Die meisten sind ja im Milizsystem, machen das in ihrer Freizeit, machen das während ihrer Arbeitszeit oder in der Familie. Das ist wirklich hervorragend. Da merke ich eigentlich keine Veränderung von 30 Jahren bis jetzt. Auch heute noch finden wir jedes Jahr wieder über 300 junge Frauen und Männer, die den Dienst wieder auf sich nehmen. Wir haben im Kanton Luzern über 5'000 Frauen und Männer, die das wirklich sehr gut machen. Was viele nicht wissen, Sie sind ursprünglich Seklehrer in Bäromünster gewesen. Wie sind Sie vom Schulzimmer zum Feuerwehrmann geworden? Als ich in Bäromünster-Affennschule ging, kam natürlich dann die Frage, du engagierst dich sicher auch noch anderweitig in unserer Gemeinde. Ein Thema war die Feuerwehr und da bin ich sehr gerne dazu gegangen. Ich habe dort wirklich tolle Leute kennengelernt, auch in dieser Gemeinde, spannende Aufgaben bekommen. Es sind natürlich dann andere Sachen dazukommen in der Feuerwehr, die ich als Lehrer weniger hatte. Eben zum Beispiel das Fahren mit diesen grossen Lastwagen oder mit diesen Maschinen. Und das hat mir von Beginn weg Spass gemacht. Und da bin ich natürlich natürlich in den Bereich Ausbildung reinkommen. Ich bin dann nebenamtlicher Feuerwehrinstruktor geworden von der Gebäudeversicherung Luzern. Und 2003 habe ich eigentlich gerade 20 Jahre Schule gegeben. Und das Thema war das Thema, dass der Vorgänger von mir als Stellvertreter in die Pension gegangen ist. Und sich dann die Möglichkeit ergeben hat, nachher der Einsteiger jetzt da im Feuerwehrinspektorat. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spass gemacht. Ich kann eigentlich auf ein Berufsleben zurück schauen, wo zwei Abschnitte hatten, das als Lehrer und das als Feuerwehrinspektor. Und beides sind wirklich tolle und schöne Herausforderungen gewesen. Ich habe übrigens, ich bin ein passionierter Methodiker, Didaktiker. Das habe ich von der Schule übernehmen, auch ins Feuerwehrwesen. Ich habe sehr viel bewegt jetzt im Bereich Ausbildung. Ich durfte mitschaffen bei Lehrmitteln, bei neuen Kursgestaltungen oder jetzt da im Feuerwehrinspektorat auch mit diesen Ausbildungskursen. Wir machen rund 80 Kurse jedes Jahr mit über 3000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern. Und das hat mich natürlich immer sehr Freude gemacht, muss ich sagen. Und die Faszination für die Feuerwehr, haben Sie das geerbt oder woher ist es gekommen? Nein, das habe ich nicht geerbt. Das hat sich ergeben, als ich dann in der Feuerwehr Bäromünster mal eingetreten bin und nachher die verschiedenen Aufgaben bekommen habe, gemerkt habe, dass das Zusammenarbeiten im Team dann auch so die Möglichkeit, auch anderen Leuten zu helfen auf eine gute und positive Art, das hat mir sehr schnell dann ein Feuer entfacht für das Feuerwehrwesen. Und das habe ich auch sehr gerne gehabt. Und ich habe übrigens ganz viele Freundschaften, die auch jetzt auf dem Erlebnisbereich der Feuerwehr basieren. Es ist ja dann nicht nur der Einsatz und der Übungsdienst, sondern wir haben ja dann auch noch viele Sachen gemeinsam gemacht, irgendwie Ausflüge oder auch nach der Probe, dass man noch zusammen gesessen ist und miteinander geredet hat, habe ich auch viele Möglichkeiten mit Kolleginnen und Kollegen. Das, was ich in der Schule gearbeitet habe, so ein bisschen der Transfer von der Schule ins Feuerwehrleben, das hat gut gepasst, ja. Was kommt jetzt in der Pensionierung? Ich freue mich natürlich jetzt auf ein bisschen mehr Zeit. Ich habe jetzt eine sehr lange Zeit einen sehr dichten Terminplan gehabt. Da hoffe ich, dass es da ein bisschen Lockerung gibt, dass man da auch spontan mal etwas machen kann, dass man irgendwo spontan aufs Velo setzen kann und wirklich wie ziellos auch ein bisschen im Zuge fahren kann. Ich habe noch das eine oder andere Engagement, das angedenkt ist und ich bin sehr gespannt auf die Zeit. Ich habe jetzt noch nicht zu viel geplant, ich habe einen ganzen Haufen Interessen. Ich habe ja ursprünglich auch noch viel Musik gemacht, da möchte ich auch wieder ein bisschen einsteigen. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich eine Terminkollision schon habe, eine erste. Ich habe zu wenig gesagt, ich habe nächstes Jahr nichts, das geht an diesem Termin und wo ich dort die Agenda reingeschaut habe, habe ich schon zwei Termine am gleichen Ort gehabt. Also ich hoffe, dass das nicht die Normalität wird, sondern dass ich wirklich ein bisschen mehr Freiheit habe, dass ich das auch mit meiner Partnerin, mit meinen Freunden und Freundinnen auch entsprechend geniessen kann. Gut, Vincenz Graf, danke vielmals für das Gespräch. Sehr gerne Herr Leder, schönen Tag, Merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser aktuelles WB-Gespräch. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann wünsche ich eine schöne Abendszeit und schöne Festtage. Das WB-Gespräch vom Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlbuch, der Reifisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudertechnik und der SwissKrono AG in Menzenau.